Der AfD wird ja immer vorgeworfen, extreme Politikansätze zu postulieren. Also das Establishment in Deutschland, die Kartellparteien sind die wahren Extremisten. Der Verfassungsschutz, so wie er im Augenblick arbeitet, ist eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland, weil er ganz eindeutig als Regierungsschutz operiert. Wir müssen einfach die sozialen Standards für Migranten, für Sozialmigranten so senken, dass Deutschland nicht mehr attraktiv ist als Fluchtland. Wer behauptet, ich wäre gerichtlich fixierter oder festgestellter Faschist, der lügt tatsächlich. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüsse Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, aufgezeichnet am 17. April 2024, 24 in der Mitte der Mitte Deutschlands, darf man, glaube ich, sagen, in Erfurt. Und wenn ich Erfurt sage, dann haben Sie vielleicht schon eine vage Vorstellung des Themas und des Gesprächspartners, dem ich mich gleich zuwenden werde. Aber zuerst noch einleitend ein paar Worte zu dieser hochinteressanten Stadt zu Erfurt mit einer langen, reichhaltigen Geschichte, Jahrhunderte zurückreichend und einer ganzen Reihe von faszinierenden Persönlichkeiten, die in Erfurt gewirkt haben, aber auch über Erfurt hinaus. Zum Beispiel Martin Luther, der grosse deutsche Reformator. Er hat hier studiert und sich später dann ja mit unserem Huldrich Zwingli in Zürich eine Reihe theologischer Dispute geliefert. Dann aus schweizerischer Sicht ein wirklicher Meilenstein und ich glaube vielen bei uns überhaupt nicht bewusst. Geboren in Erfurt ist 1783 der Begründer der Zirkus-Dynastie Knie, nämlich der Friedrich Knie und für alle Absolventen der Soziologie und Interessierte der Geistesgeschichte darf man hinzufügen, dass der bedeutende deutsche Soziologe Max Weber hier geboren ist, der Mann, der ja die Theorie entwickelt hat zur charismatischen Herrschaft, was ja einiges auch zu denken und zu reden gegeben hat in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Heute spreche ich mit dem, ich glaube man darf das so sagen, Sie korrigieren mich, mit dem umstrittensten Politiker Deutschlands. Letzte Woche im grossen Fernsehduell mit seinem Widersacher der CDU, Mario Vogt. Es ist der Fraktionschef der AfD, dem Landesvorsitzenden Björn Höcke, hier in seinem Büro im Thüringer Landtag. Björn Höcke, die wichtigsten Etappen seiner Vita, seiner Biografie. Jahrgang 1972, Studium der Sportwissenschaft und der Geschichte in Marburg und Gießen, seit 2014 bereits Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Und morgen auch ein Prozessbeginn, wir werden darüber sprechen. Herr Höcke, willkommen bei Weltwoche Daily. Vielleicht eine ganz allgemeine Frage, warum haben Sie eigentlich Sport? Wie sind Sie auf die Sportwissenschaft gekommen, neben der Geschichte? Warten Sie, ich mache noch einen Kameraschwenk, dass Sie hier ins Bild gerückt werden. So, jetzt hier. Ja, Herr Höcke, warum die Sportwissenschaft zusammen mit der Geschichte? Also, erst mal herzlich willkommen, lieber Herr Köppel hier in Erfurt. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich war tatsächlich nach der Ableistung des Wehrdienstes so ein bisschen unentschlossen, was ich machen sollte. Das ist ja nicht untypisch, sage ich mal, für meine Generation gewesen und auch noch für die aktuelle. Und habe dann erst mal angefangen, Jura zu studieren, habe aber relativ schnell gemerkt, dass die Jurisprudenz mir doch etwas zu staubtrocken ist. Und habe dann einfach mit meinen Eltern ein langes Gespräch geführt. Und die haben mir empfohlen, studiere das, mein Junge, wofür du Leidenschaft hast. Und für Sport hatte ich schon immer Leidenschaft und für die Geschichte auch. Also habe ich das kombiniert und habe das dann für das Lehramt an Gymnasien studiert und bin auch ein sehr glücklicher Lehrer geworden, 15 Jahre oder gewesen. Man identifiziert Sie ja vor allem mit der Politik, auch mit Aussagen zur deutschen Geschichte. Mit dem Sport werden Sie ja weniger in Verbindung gebracht. Hier gleich mal vorneweg die Frage, was ist denn Ihr favorisierter Sport? Was ist sozusagen hier der sportliche Schwerpunkt? Ich bin vor allen Dingen im Ausdauerbereich unterwegs gewesen und immer noch unterwegs. Das ist ja auch etwas, was man bis ins hohe Alter praktizieren kann. Und mir geht es vor allen Dingen auch um das Bewegen in der Natur. Ich möchte meinen Körper spüren im Rhythmus der Natur. Jetzt ist es natürlich vor allen Dingen auch Ausgleich zum Stress, zum Alltagsstress in der Politik. Also alles, was man irgendwie andauernd machen kann und darf und muss. Also Mountainbiking ist favorisiert, Rennradfahren sehr gerne, wenn ich Zeit habe, ist allerdings sehr zeitaufwendig. Und ansonsten schnüre ich mir gerne mal die Laufschuhe an und wenn es sein muss, auch morgens um 5 Uhr, um einfach aufzutanken und die Gedanken schweifen zu lassen mit meinem Körper und der Natur in Einklang zu sein. Morgen beginnt in Halle ein Prozess gegen Sie. Sie müssen da vor Gericht erscheinen. Es geht um eine Formulierung, die Sie verwendet haben an einer Wahlkampfveranstaltung. Alles für Deutschland. Jetzt wird Ihnen vorgeworfen. Nein, das ist ja durchgesagt. Nicht, dass Sie in eurem Prozess werden. Als Schweizer halte ich hier einfach dokumentarisch fest, was das Thema ist. Nein, erklären Sie uns doch kurz einmal, um was es hier geht, was genau das Problem ist an diesem Prozess. Was ist da das Thema? Also eigentlich ist gar kein Problem vorhanden. Das Ganze ist ein Nullo und man hätte niemals zu einem Prozess führen dürfen. Ich habe letztlich während einer Wahlkampfrede 2021 im Rahmen des Landtagswahlkampfes in Sachsen-Anhalt eine freigehaltene Rede mit einem rhetorischen Dreiklang geendet. Und normalerweise sage ich, wenn ich in Thüringen rede, zum Schluss meiner Rede, es lebe unsere Heimat Thüringen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Ein Dreiklang, der durchdekliniert ist, der aufeinander aufbaut. Und den Halle habe ich spontan, weil das Wahlkampfmotto der Freundin dort lautete Alles für unsere Heimat. Ohne Kenntnis, dass das eine SA-Parole gewesen sein soll, was sie vielleicht gewesen ist. Aber auch noch die Losung von vielen anderen Organisationen kann man schon mal hier anmerken. Frei durchdekliniert, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt und dann alles für DÖ. So, ohne das jetzt auszusprechen. Weil das ist ja auch eine Absurdität, dass ich alleine jetzt in der Verteidigung, wenn ich diesen Sachverhalt beschreibe, schon wieder Gefahr laufe, einen neuen Prozess zu bekommen. Das ist Deutschland, das ist die Situation des Rechtsstaates der Bundesrepublik Deutschland 2024. Es ist absurd und wie gesagt, es ist ein Allerweltspruch, hat nichts mit Nazis zu tun. Und jedem Patrioten, dem das nicht mal über die Lippen gekommen ist, der hat wahrscheinlich gar kein patriotisches Herz. Nichts anderes hat Donald Trump in den Staaten gemacht, America first. Und das ist letztlich die deutsche Fassung davon. Jetzt werfen Ihre Gegner Ihnen vor, Sie seien da als Geschichtslehrer natürlich versiert. Sie hätten das eiskalt gewusst. Das sei eine gezielte Provokation gewesen, um die Leute auf die Palme zu bringen. Sozusagen ein Teil der höckischen Aufmerksamkeitsökonomie. Ja gut, der Vorwurf ist natürlich völlig absurd. Was wäre das für eine Zielsetzung, mitten im Wahlkampf einen sogenannten Nazi-Skandal in Deutschland zu produzieren? Nein, ich habe keine Provokation vorgehabt und mir war tatsächlich der Kontext dieses Ausspruchs nicht bekannt. Auch als Geschichtslehrer nicht. Wissen Sie, die Universalgeschichte ist wahrscheinlich das weiteste Feld, das der Mensch studieren kann. Weil er alle anderen Geistesfelder des Menschen, oder weil es alle anderen Geistesfelder des Menschen ja auch inkludiert in gewisser Weise. Ich habe mich in meinem Studium nicht schwerpunktmäßig mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt, schon gar nicht mit dem NS-Staat. Ich habe da mal eine Pflichtvorlesung gemacht, das war vor allen Dingen im Bereich der Geschichtstheorie unterwegs. Es war vor allen Dingen im Bereich des 19. Jahrhunderts unterwegs. Und mir ist diese Losung als SA-Losung weder als Schüler begegnet, ich habe auch meine alten Geschichtsbücher mal hervorgekrampt, ist auch nirgendwo was niedergeschrieben in der Art, noch im Studium, noch in meiner Lehrtätigkeit, ist mir das jemals unterbekommen. Und nachdem mir dieser Fauxpas passiert ist, habe ich viele Anrufe gekriegt, viele Nachrichten sind mir geschrieben worden, von Menschen, die wahrscheinlich gebildeter, intelligenter sind als ich. Und die haben mir gesagt, Björn, lieber Höcke, das war mir auch völlig unbekannt. Und wie gesagt, dieser Ausspruch, diese Losung, alles für DÖ, ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts benutzt worden von Ernst Moritz Ahendt. Ludwig II. von Bayern hat diese Losung benutzt, eine Unterorganisation der SPD und des Zentrums in der Weimarer Republik haben diese Losung benutzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Losung auch frank und frei von Patrioten benutzt worden, auch von Widerstandskämpfern gegen das Dritte Reich. Also das hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Das ist ein politischer Prozess, der hier gegen einen für den Kopf der Opposition in Deutschland angestrengt wird, um ihm Kraft zu kosten, um ihm Geld zu kosten, um ihn abzulenken bzw. zu beschäftigen. Das ist meine Interpretation. Wie werden Sie sich dagegen verteidigen? Was wird Ihr Hauptargument sein in diesem Prozess, wenn man das vorwegnehmen kann? Naja, also erstmal muss mir ja schuldhaftes Verhalten oder Vorsatz nachgewiesen werden. Nochmal, wann fängt das Wissen an? Und selbst wenn man nachweisen könnte, ich hätte es mal irgendwo gehört im Studium, kann man von einem Menschen erwarten, dass er 30, 40 Jahre etwas memoriert, was er einmal gehört hat. Und dann in einer freien Rede vielleicht nicht doch irgendwie in einem völlig anderen Kontext transportiert. Und nochmal, diese Rede hatte ja keinen NS-Kontext, wie ich noch nie eine Rede im NS-Kontext gehalten habe, weil ich mit Nationalsozialismus auch tatsächlich nichts, aber auch gar nichts am Hut habe als freiheitsliebender Mensch. Also das wird schwer für die Staatsanwaltschaft hier einen Vorsatz nachzuweisen bzw. es wird unmöglich sein. Und zweitens geht es natürlich darauf hinzuweisen, dass es nicht sein kann, dass die Nazis ja alles gepachtet haben, was irgendwie Patriotisch ist und was man als normal einordnen muss. Und die Nazis haben auch guten Morgen gesagt, Hitler war bekanntermaßen Vegetarier, soll jetzt der Vegetarismus verboten werden etc. Also die Absurdität muss irgendwann auch mal enden und vielleicht endet sie in Deutschland ja mit diesem Prozess. Über sie sind ja unglaubliche Geschichten und auch Theorien in Umlauf, wenn man das aus der Schweiz heraus liest in den Zeitungen. Sie werden da mit allerlei Adjektiven auch in Verbindung gebracht. Man liest immer wieder, ja der Björn Höcke, der darf da als Faschist bezeichnet werden. Das ist ein Faschist. Herr Höcke, sind Sie ein Faschist? Also man darf sehr vieles sagen. Die Frage ist, ob alles das, was man sagen darf, auch anständig ist zu sagen. Also es wäre wahrscheinlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, lieber Herr Köppe, wenn ich Sie als Faschist bezeichnen würde. Ich würde das aber nicht tun. Erstens habe ich keine Anhaltspunkte dafür, dass Sie sind. Zweitens würde ich es nicht tun, weil es meinen Anstand verbietet, weil es auch eine Relativierung von historischen Sachverhalten wäre, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Also der Faschismus, genauso wie der Nazi-Begriff, das sind Kampffloskeln oder Kampfbegriffe des Establishments gegen eine immer stärker werdende Opposition. Und in Deutschland läuft man Gefahr, als Patriot, als Faschist oder als Nazi-Gebranntmarkt zu werden. Die, die das tun, die wissen oft gar nicht, was es mit dem Faschismus auf sich hat. Die wissen oft gar nicht, dass sie damit eine wirkliche unerträgliche Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus leisten, wenn sie jemanden, der in der Opposition ist und als Patriot wirkt, als Nazi diffamieren. Das ist mittlerweile so trivial, aber auch so durchsichtig, dass man da auch, ja, ich da gar nicht mehr drauf reagiere. Aber Fakt ist, ich bin kein gerichtlich festgestellter Faschist, denn das Gericht in Meiningen hat nur nach dem Eilverfahren beschlossen, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also, wer behauptet, ich wäre gerichtlich fixierter oder festgestellter Faschist, der lügt tatsächlich. Es ist auch interessant, dass Sie das sagen, weil das eben immer wieder behauptet und auch geschrieben wird. Das heisst dann immer, ja, ein Gericht habe das ja festgestellt, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das stimmt gar nicht, sondern da ist einfach eine Aussage gemacht worden und das Gericht hat dann eben in einem Eilverfahren entschieden, dass man das im Sinne der Meinungsäusserungsfreiheit ist das gedeckt. Nun, sind Sie ja eigentlich seit Ihrem ersten über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden, Auftritt in einer Fernsehsendung, sind Sie so etwas wie die definitive Reizfigur in Deutschland. Sie lächeln dann immer etwas verschmitzt, was natürlich bei Ihren Gegnern und Kritikern auch wieder allerlei Theorien auslöst. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass Sie zu einer derartigen, ja als Kommunalpolitiker, als Regionalpolitiker, zu einer im Prinzip internationalen Reizfigur werden konnten? Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, sozusagen die Genese des Feinbilds Björn Höcke? Ja, natürlich. Ich denke darüber nach und ich denke bis heute darüber nach. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Die Fernsehshow, diese Ansprache oder die Talkshow, das war glaube ich die mit Günther Jauch, wo ich es mir erlaubt habe, die schwarz-rot-goldene Fahne über meinen Stuhl zu hängen. Und das war eine bewusste Konteraktion damals gegen diese unfassbare Aktion, die Frau Merkel 2013 im Rahmen der Feierlichkeiten oder der Wahlkampfparty der CDU im Rahmen der Bundestagswahlen gezeigt hat. Sie hat nämlich eine von damals Herrn Gröhe, das war der Generalsekretär der CDU, ihr angereichte schwarz-rot-goldene Fahne mit sichtbar angewidertem Gesicht von der Bühne entsorgt. Und um zu zeigen, dass man mit dieser Anti-Haltung zum Land kein Land in eine gute Zukunft führen kann, wollte ich diesen Kontrapunkt setzen und habe deswegen diese Provokation in Anführungszeichen durchgeführt. Wobei es ja schon absurd ist, dass man, wenn man das zentrale Nationalsymbol zeigt als Politiker, damit einen Skandal auslöst. Daran können sie erkennen, in was für einer geistigen Malaise Deutschland und das deutsche Volk sich befinden. Und ich denke, es ist auch ein Hauptauftrag der AfD, diese geistige Malaise immer wieder öffentlich zu machen, in den Diskurs zu bringen, um die Frage zu stellen, was sind wir Deutschen eigentlich, was wollen wir, wohin wollen wir hin. Also die Frage auch nach der Identität zu stellen und der Zukunft dieser Identität. Und ansonsten bin ich natürlich auch selbstkritisch. Natürlich habe ich auch kommunikative Fehler gemacht. Ich bin mit einem hohen Leidensdruck in die Politik gegangen und habe als Lehrer schon die ganzen Missstände und die Fehlentwicklung gesehen, ob das die Multikulturalisierung ist, ob das die demografische Katastrophe ist, in die Deutschland hineingeht, ob das der Verfall von Werten und Sitten ist, die notwendig sind, damit Staat und damit auch Schule überhaupt funktionieren kann. Alles das habe ich gesehen. Und vor allen Dingen war es für mich unerträglich, als freiheitsliebende Menschen in einem Land zu leben, in dem der Meinungskorridor immer weiter eingeschränkt wurde. Also ich bin seit meiner Kindheit ein freiheitsliebender Mensch und es ist für mich vor allen Dingen auch der Kampf von Meinungsfreiheit gewesen, in die Politik gegangen zu sein. So, und dann habe ich natürlich das eine oder andere als politisches Greenhorn fabriziert, was Angriffsfläche geboten hat. Ich dachte nicht, dass der Zustand der Demokratie so schlecht ist und der Zustand der Meinungsfreiheit schon so bedrängt ist, dass man Selbstverständlichkeit nicht mehr artikulieren konnte. Aber das war so und dann bin ich relativ schnell skandalisiert worden, ja. Man wirft Ihnen dann immer vor, Sie würden sozusagen bewusst aus dem Resonanzraum quasi des deutschen Nationalismus heraus bestimmte Begriffe oder Wendungen verwenden, um hier sozusagen, ja, bestimmte Traditionen wieder salonfähig zu machen. Ich kann mich erinnern, es gab eine Diskussion bei Ihnen, da hiess es, der Höcke, der sagt immer, das tausendjährige Deutschland, das tausendjährige, das seien ja behaftete, toxische Formulierungen. Sagen Sie vielleicht noch etwas über Ihr Verhältnis zu diesen zum Teil auch Reizvokabeln oder vielleicht auch generell zu Ihrer Strategie der Provokation. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien ein Greenhorn, sind Sie ein Provokateur? Setzen Sie ganz gezielt auch manchmal so rhetorische Sprengsätze, um eine Situation vielleicht zu verändern? Was steckt da dahinter? Naja, die Provokation gilt ja als Mittel des Underdog, Aufmerksamkeit zu generieren und vielleicht auch die Diskursräume zu erweitern. Als Strategie ist mir das bekannt, aber ich habe es tatsächlich niemals bewusst als Strategie eingesetzt. Ich bin, glaube ich, und das wird mir zurückgemeldet auch von meinen Kritikern, ein authentischer Mensch. Ich lebe das, was ich bin und ich bin über viele Jahrzehnte etwas geworden. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun, das hat was mit meiner Sozialisation in meiner Familie zu tun, das hat was mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich habe mich sehr intensiv mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, mit den Freiheitskriegen. Ja, ich war immer ein Patriot, weil ich aus einem patriotischen Elternhaus komme. Ich war als Kind, habe ich mich gerne in vergangene Zeiten hineingedacht, habe Geschichtsimagination betrieben, war vor allen Dingen ein Freund von mythischen Orten. Die Ruinen des Rheins haben mich immer fasziniert, dann habe ich meine Fantasie schweifen lassen. Ich war immer, wenn im Rheinland dann der Karneval gefeiert wurde, als Kind ein Ritter, weil ich war ein edler Ritter sein wollte, der für Ideale kämpft, für die Schwachen kämpft, der ein Freiheitsheld ist. Und ich habe dann auch in der Jugend viel gelesen, also über die Freiheitskriege im Kontext der napoleonischen Zeit, über die 48er-Revolution. Und das sind eigentlich meine, ja, auch literarischen Wurzeln. Und wenn man sich mal schaut, was alles die Nazis gesagt haben, dann wird man sehen, dass die Nazis ganz viel gesagt haben von dem, was im 19. Jahrhundert gesagt worden ist. Also wo fängt man an? Und ich glaube, das große Problem ist diese monomanische Fixierung auf die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Auch begrifflich. Und die meisten Menschen sind heute historisch so umgebildet, dass 1933, also im Rückblick, 1933 ihr Geschichtsverständnis aufhört und alles, was davor ist, irgendwie in Dunkelheit versinkt. Diese Geschichtsvergessenheit ist natürlich nicht nur trivial, sondern verhindert auch eine wirkliche Erlangung von Zukunft. Und nochmal, meine Lektüre waren die deutschen Idealisten. Ich habe Hegel gelesen, ich habe Fichte gelesen, die Reden an die deutschen Nationen. Ich habe natürlich Ernst Moritz Arndt gelesen. Ich habe mich mit den Schriften des Turnvater Jahns beschäftigt und so weiter. Das waren Patrioten, das waren Freiheitskämpfer, die es nicht ertragen konnten, dass ihr Vaterland von einem fremden Ursopator unterdrückt worden ist, damals Napoleon. Und die sich entsprechend aufgelehnt haben, die versucht haben zu definieren, was ist das Deutsche, die diesem damals fragmentierten Volk eine Eigenständigkeit einhauchen wollten. In diesen Gedankenwelten war ich unterwegs, das habe ich als Dektüre genossen und aufgenommen. Ich nehme an, so erkläre ich es mir, dass einfach diese Sprachwendungen in mir drin sind. Und verdammt, das kann doch nicht verboten sein. Sie sind, Sie haben es angesprochen, Sie stammen ja ursprünglich aus dem Westteil der Bundesrepublik. Sie sind jetzt in Thüringen. Thüringen ist ja auch ein, ich glaube, ein romantik durchwachsenes Bundesland mit Weimar, mit vielen anderen Städten, die natürlich in der deutschen Geschichte Wegmarken hinterlassen haben. Wie sind Sie eigentlich nach Thüringen gekommen? Also erstmal bin ich jetzt wirklich glücklich hier zu sein. Ich bin wirklich glücklich in Thüringen. Meine Familie ist glücklich in Thüringen und das sind Zufälle gewesen. Ich bin geboren in Lünen bei Westfalen als Kind einer Familie, die aus Ostpreußen vertrieben worden ist. Meine Großeltern haben dann dort eine neue Existenz aufgebaut. Meine Eltern sind dann schon nach 1945 geboren worden, 1947 und 1948. Aber die Erzählung meiner Großeltern war auch prägend für mich als Kind. Ja, der Verlust der Heimat, der Verlust von etwas, was ein Teil der eigenen Identität ist. Alles das hat mich bewegt, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Dann sind meine Eltern ins Rheinland gekommen. Mein Vater hatte da seine erste Stelle als Sonderschullehrer. Und dann bin ich dort groß geworden, habe dort Abitur gemacht. Dann zum Studium ging es vor allen Dingen nach einem kurzen Intermezzo in Bonn, wo ich angefangen habe, Jura zu studieren, nach Gießen, Schwerpunktmäßig und Marburg. Und dort habe ich dann das Lehramt für Gymnasien studiert. Und dann war ich vier Jahre auf einer Schule im Großraum Frankfurter Main, die schon damals, ja, ich will nicht sagen eine Brennpunktschule war, aber die schon diese ganzen Belastungsdynamiken aushalten musste, unter der heute Bildung in Deutschland noch mehr leidet. Ja, also nicht mehr funktionierende Familien, Multikulturalisierung und so weiter und so weiter. Und ich musste mir damals die Frage stellen, willst du wirklich diese Art von Arbeit weitermachen? Du bist ja ausgebildeter Gymnasiallehrer, das war eine integrierte Gesamtschule. Oder willst du Sozialpädagoge werden oder willst du weiterhin die Leidenschaft zu deinem Fachleben? Und das kannst du eigentlich nur als Gymnasiallehrer. Und deswegen habe ich mich dann zum Weggang entschieden, bin nach Nordhessen gekommen, nach Bad Soden-Allendorf. Und dieser Ort liegt wenige hundert Meter von der innerdeutschen Grenze. Und so habe ich Kontakt zu Thüringen aufgenommen. Irgendwann stand es dann mal ins Haus, nachdem meine Frau und ich gesagt haben, es ist ein schöner Ort, hier ist die Welt noch in Ordnung, schöne Natur. Die Schule war auch sehr gut, an der ich unterrichtet habe, mit intakten Familien, mit einem intakten Kollegium, mit leistungsbereiten Kindern, dass ich gesagt habe, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben. Und so haben wir uns dann nach einem Haus umgeguckt. Und dieses Haus, ein altes, 500 Jahre altes Fahrhaus, das lag zufällig in Thüringen. Und das haben wir gekauft und so sind wir Thüringer geworden. Und zwei meiner Kinder sind auch in Thüringen geboren. Wir sind voll integriert im Dorf und, wie gesagt, sind sehr glücklich, in Thüringen zu sein, weil der Osten tatsächlich, Gott sei Dank, noch ein bisschen freiheitsliebender ist und noch ein bisschen anders tickt als der Westen. Also ich halte fest, Sie sind Thüringer mit Migrationshintergrund aus dem Westen. Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir in den Thüringer Wahlkampf einsteigen, das ist ja auch ein grosses Thema, vielleicht nur in einem Satz. Was war die entscheidende Anekdote, die Sie in die Politik hineingebracht hat? Sozusagen den Raum der Geschichte des 19. Jahrhunderts sozusagen mit dem Katapultsprung in die Gegenwart hier anzustreben in der Politik. Was hat da den Ausschlag gegeben? Vielleicht nur ganz kurz. Also wir fragen jetzt nach dem Damaskuserlebnis. Also das hatte ich, wie gesagt, eher nicht, weil ich ja schon konservativ-patriotisch, freiheitlich unterwegs war. Und es gab, ja, schon Jahre davor verschiedene Gesprächskreise, die wir uns getroffen haben und die politische Landschaft beobachtet haben. Für mich war entscheidend die Lektüre des Buches Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Und dann natürlich die Beobachtung der Gründung der AfD. Und dann war ich Gründungsmitglied der AfD. Dann habe ich mich relativ schnell entschieden, statt mich in einer Festung einzumauern und irgendwie das kleine eigene Leben zu leben, den Ausfall zu wagen und den Schritt in die Öffentlichkeit, in die Politik zu tun. Wir haben jetzt Wahlkampf in Thüringen. Es geht los, Sie sind im Grunde schon mittendrin. Was ist eigentlich Ihre entscheidende Botschaft jetzt für das Bundesland Thüringen? Mit welchen Themen, mit welchen Schwerpunkten steigen Sie hier in den Wahlkampf ein? Ja, es gibt vieles, was den Menschen Sorge bereitet. Wir haben Schwerpunktthemen natürlich für das Landtagswahlprogramm formuliert. Das ist jetzt gerade in der finalen Phase. Das wird Ende des Monats bei einem Landesparteitag verabschiedet. Wir wollen aus Thüringen heraus vor allen Dingen ein Zeichen auch setzen für die Gesamtrepublik. Als AfD wissen wir, es muss in einem der Ostländer funktionieren mit der Regierungsbeteiligung oder mit der Regierung. Aber dann ist letztlich hier die Blaupause zu liefern für eine Reform ganz Deutschlands. Also, Kündigung der Medienstaatsverträge, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind grundlegend reformbedürftig, dürfen nicht länger als Propaganda-Instrument für das Establishment missbraucht werden. Heisst das, Sie wollen das privatisieren oder wollen Sie den Gebühren entziehen? Was bedeutet das ganz konkret jetzt hier mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also, die Zwangsbeiträge müssen abgeschafft werden. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben als AfD in Kooperation von verschiedenen Fraktionen, Landtagsfraktionen, das sogenannte Grundfunkprogramm ausgearbeitet. Das sieht einen ganz, ganz stark reduzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, der sich wirklich nur noch auf Kernbereiche konzentriert, vor allen Dingen auch auf regionale Aspekte, auf kulturelle Aspekte. Und vor allen Dingen wird es diesem radikal reduzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr möglich sein, Dauerpropaganda für das Establishment zu betreiben. Was wäre der Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich frage nach, weil diese Diskussion auch in der Schweiz geführt wird. Wir haben eine Initiative momentan am Laufen in der Schweiz zur Halbierung der Gebühren. Eine Streichungsinitiative ist einmal gemacht worden, ist aber durchgefallen. Die wurde als zu radikal empfunden. Was ist Ihrer Meinung nach der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, in Thüringen? Also das, was ich gerade schon andeutete, vor allen Dingen kulturelle Bildung zu vermitteln, vor allen Dingen auch landesspezifische Bildung zu vermitteln und neutrale politische Berichterstattung. Aber wirklich, Betonung, neutrale politische Berichterstattung. Und das ist, glaube ich, das, was einem Großteil der Thüringer wirklich mittlerweile völlig auf die Nerven geht. Diese Indoktrination, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Auftrag des Establishments betreibt. Mittlerweile ist ja sogar der Verfassungsschutz schon zu Besuch gewesen beim MDR und hat ihn darüber informiert, wie mit der bösen AfD umzugehen ist. Also dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist keine Stütze mehr der Demokratie, sondern er gefährdet mit seiner Einseitigkeit die Demokratie und den Meinungspluralismus. Und das wäre eigentlich die Kernaufgabe und der Kerngeist, den ich gerne in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sähe, wirklich für Meinungspluralismus zu stehen und das journalistische Ethos wiederzuleben. Ist das quasi der Nummer-eins-Aufreger in Thüringen? Oder was wären vielleicht noch zwei andere Schwerpunktthemen, mit denen Sie hier in den Wahlkampf einsteigen? Migrationspolitik ist das Aufregerthema Nummer eins. Wir wollen Thüringen so unattraktiv wie möglich für illegale Einwanderung machen, für Sozialmigration machen. Das ist das zweite Schwerpunktthema. Ein drittes Schwerpunktthema, was eng damit verzahnt ist, ist die demografische Wende. Wir wollen eine Willkommenspolitik für Kinder in Thüringen. Wir brauchen eine demografische Wende. Thüringen befindet sich wie der ganze Osten, aber wie ganz Deutschland in einer demografischen Katastrophensituation. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Das sorgt dafür, dass unsere umlagefinanzierten Sozialsysteme wirklich in existenzieller Not sind. Aber stellt letztlich auch die Frage, ob Deutschland überhaupt eine Zukunft hat, beziehungsweise das deutsche Volk eine Zukunft haben kann. Also da wollen wir ran. Wir wollen ein Willkommensgeld für Kinderreichfamilien haben oder für Familien mit Kindern hier etablieren. Das ist dann auch ein wichtiges Thema für uns. Und natürlich den Mittelstand entlasten von überflüssiger Bürokratie. Auch ein Dauerthema in Thüringen. Beim Thema Migration sind Sie auch in die Bredouille gekommen, sozusagen ins Kreuzfeuer mit diesem Begriff Remigration. Ich habe gesehen, es ist jetzt noch ein Film kursiert, da noch im Internet, sozusagen ein Anti-AfD-Film. Da wird gezeigt, also wenn die AfD hier das Ruder übernimmt in Deutschland, dann würden die Menschen zu Hunderttausenden aus dem Land herausgejagt, herausgescheucht. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist ja völlig absurd. Vor allen Dingen müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wer schuld ist an dem Migrationsdesaster in Deutschland. Das sind eben die Kartellparteien, die ja auch im Bereich der Einwanderung ununterscheidbar geworden sind. Ich meine, die CDU als angeblich konservative Kraft ist ja hauptverantwortlich für die millionenfache illegale Masseneinwanderung. Und die Verantwortlichen versuchen jetzt, dieses Desaster abzudecken, zu tarnen, dadurch, dass man den Illegalen einen Status gibt. Ob das ein Duldungsstatus ist oder sogar die Staatsangehörigkeit ist. Also es sind alarmierende Zahlen, oder für mich sind es alarmierende Zahlen, wenn ich hören muss, dass 2022 168.500 Menschen in Deutschland eingebürgert worden sind. Die größte Gruppe waren Syrer. Die Syrer waren im Durchschnitt 25 Jahre alt, waren zu zwei Dritteln männlich und waren sechs Jahre in Deutschland. Das sind also die, die man jetzt gerade einbürgert. Und ob diese Menschen wirklich in grossen, weiten Teilen eine ungeteilte Loyalität zu Deutschland haben, das wage ich zu bezweifeln. Aber Sie haben ja eigentlich jetzt den deutschen Pass. Würden Sie denn sagen, denen muss man jetzt den Pass wieder wegnehmen? Oder wen genau meinen Sie, wenn Sie von Remigration sprechen oder von Abschiebung? Das sind ja so die Schlagworte, die da kursieren. Naja, vor allen Dingen muss man erstmal wieder darüber reden können. Wenn man millionenfache Einwanderung zugelassen hat auf illegalem Wege, dann ist es doch auch Aufgabe der Opposition, den Diskurs darüber zu erzwingen, wie man natürlich auf rechtsstaatlicher Grundlage, natürlich gesetzeskonform viele dieser Menschen dazu bringen kann, dieses Land wieder zu verlassen. Weil diese Menschen leider zu einem nicht unbedeutenden Teil eine schwere Last für unsere Sozialversicherungssysteme sind. Weil diese Menschen leider zu einem nicht unbedeutenden Teil unsere Kriminalitätsstatistik zur Explosion bringen. Wir haben eine furchtbare Explosion im Bereich der Gewaltkriminalität beispielsweise in Deutschland. Messerkultur, Massengruppenvergewaltigung und so weiter, Phänomenbereich, die es schon nicht gab. Und darüber müssen wir sprechen und wir müssen dieses Problem angehen und grundsätzlich lösen. Und dann muss man diesen Diskurs erzwingen. Das ist erstmal das Erste. Und wie das dann geschieht im Einzelnen, das muss dann in diesem Diskurs aufgedröselt werden, das muss aufgeklärt werden. Und dann gibt es Lösungen. Wie gesagt, das Erste, die Reimmigration fängt damit an, dass man die Grenzen schützt, dass man keine weitere illegale Masseneinwandlung nach Deutschland lässt. Und das Zweite ist, dass man Deutschland als Sozialstaatsmagnet abstellt. Wir müssen einfach die sozialen Standards für Migranten, für Sozialmigranten so senken, dass Deutschland nicht mehr attraktiv ist als Fluchtland. Dänemark hat es vorgemacht und ich sage in diesem Zusammenhang, wir müssen mehr Dänemark wagen. Also wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Andere europäische Länder sind schon auf dem richtigen Weg unterwegs und denen müssen wir auch gehen. Und vielleicht dazu noch, wir müssen an das Thema auch ran, wenn wir eine Weitperspektive haben. Die hat die deutsche Politik, die herrschen ja nicht. Wir als AfD haben sie. Deutschland geht jetzt den Weg in einen Vielvölkerstaat. Das wird bedeuten, dass irgendwann mal das passiert, was jetzt schon ansatzweise erkennbar ist, dass die Regierung autoritär wird. Und dann irgendwann wird sie aber trotzdem den Deckel nicht mehr auf dem Topf halten können und dann wird dieser Vielvölkerstaat zerbrechen. Und diese Zukunft möchte ich für Deutschland nicht. Noch eine letzte Frage einfach zu diesem Punkt. Ich glaube, die Unklarheit jetzt auch von aussen gesehen ist einfach die, dass man nicht genau weiss, was wollen jetzt eigentlich genau die von der AfD? Meinen die jetzt mit den Abschiebungen die Leute, die ohne Asylbescheid hier einfach sind, sozusagen die eigentlich auf eine Rückführung warten, die gar nicht hier bleiben dürfen? Oder meinen die eben auch Leute, die bereits eingebürgert sind, vielleicht auf schludrige Art und Weise, vielleicht vorschnell eingebürgert worden sind, aber die einen deutschen Pass haben? Und da, glaube ich, müssen sie schon Klarheit schaffen von Seiten der Partei. Was wollen wir hier? Wollen wir hier die abschieben, die illegal Ausländer, die hier sind? Oder aber kann das auch Leute treffen, die im Grunde bereits einen Einbürgerungsentscheid, einen positiven bekommen haben? Da ist mir immer noch nicht ganz klar, wo sie stehen, wo die Partei steht, da die AfD. Aber es ist doch bezeichnend, lieber Herr Köppel, dass immer die AfD Klarheit schaffen muss, als Oppositionspartei, die eigentlich vor allen Dingen die Aufgabe hat, auf die Missstände hinzuweisen, die vor allen Dingen die Aufgabe hat, scharf zu kritisieren. Und die Regierung müsste doch die Lösung bringen. Anstatt in den Diskurs einzusteigen, wird tabuisiert, wird der Meinungskorridor noch enger eingeschränkt. Und nochmal, als nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff auf Israel, hier in Deutschland, die großen Proteste waren, von Klientel, das ich nicht weiter benennen muss, da forderten etablierte Politiker, ich glaube, der Bundeskanzler Scholz war auch dabei, darüber nachzudenken, dass man auch deutsche Passinhaber wieder ausbürgern müsste, wenn sie sich antisemitisch betätigen. Also solche Gedanken sind ja eher nicht bei uns zugegen, sondern sind im Establishment sogar ventiliert worden, aber nur in einer Drucksituation, um Druck abzuleiten. Wir haben niemals darüber geredet, dass deutsche Passinhaber ihren Pass verlieren. Aber klar ist die Position der AfD beispielsweise, nein zum Doppelpass. Es gibt keine geteilte Loyalität. Es gibt wenige Ausnahmen, wo man sagen muss, das ist in Ordnung in binationalen Familien, kommt auf die Familiensituation an. Aber grundsätzlich müssen wir zurück zum Staatsangehörigkeitsrecht, das bis Ende 1999 galt. Das ist das klassische Abstammungsrecht, das auch schon Einbürgerung ermöglichte, aber länger zuwartete mit Einbürgerung, länger erst mal den Einbürgerungswilligen in einer Abhangphase, also positiv gemeint, Belies, ihn wirklich ankommen ließ und sich dann wirklich die Frage beantwortet haben wollte, willst du jetzt Deutscher sein, willst du mit uns als Gemeinschaft in Zukunft gehen, mit den Höhen und Tiefen, die das immer mit sich bringt, lässt du deine alte Identität ruhen und bist du von ganzem Herzen jetzt unser Bruder. Da müssen wir wieder hin und dann können wir da auch eine migrationspolitische Wende kriegen. Aber für alle die, die sich jetzt vielleicht Sorgen machen in Deutschland, Deutsche mit Migrationshintergrund, die sagen, oh, wenn der Höcke kommt, dann muss ich wieder rausreisen, muss ich wieder nach Hause, da geben sie jetzt also hier hochoffiziell, geben sie Entwarnung. Das stimmt nicht, das sind Fake News, sie wollen niemanden rausknallen, der da mit dem deutschen Pass bereits ausgestattet ist. Nein, also da kann man wirklich 100 Prozent in Warnung geben, also es wird keinem irgendwie Leid zugefügt, also dieses ganze Zerrbild, was von der AfD im Allgemeinen und von mir gezeichnet worden ist, vom Establishment, ist wirklich ein hundertprozentiges Zerrbild. Ich bin ein sehr friedlicher Mensch, ich bin ein Mensch, der stark auch durch Philosophen beeinflusst worden sind, die den Dialog gepredigt haben. Das habe ich immer gelebt, ich war 15 Jahre Lehrer, 4 Jahre Vertrauenslehrer, ich bin ein durch und durch empathischer Mann und ich kann mich doch auch in die Sorgen und Nöte von Migranten hineinversetzen, die nach Deutschland kommen. Ich kann mich auch in die Sorgen und Nöte von Sozialmigranten hineinversetzen, ich kann die Motivation von Glücksrittern verstehen. Aber der Skandal ist doch eigentlich die Politik der Altparteien, die trotzdem den Auftrag haben, Schaden von Deutschland abzuwenden. Der Schaden ist durch diese Masseneinwanderung entstanden und muss jetzt minimiert werden und da geht es eben darum zu überlegen, wie kann man das jetzt langsam abbauen. Sie haben vom Dialog gesprochen, wir haben Wahlkampf, wie steht es da eigentlich ganz konkret in Thüringen? Wir haben ja eine Riesendiskussion gehabt wegen diesem TV-Duell auf dem Weltkanal, jetzt hier in Thüringen. Diskutiert man da mit Ihnen oder ist auch so ein Theater, ob man jetzt mit dem Björn Höcke auf einem Podium stehen soll oder ob man sich mit ihm auseinandersetzt? Wie verlaufen die politischen Debatten und Diskussionen hier? Haben Sie da ein Streitgesprächsprogramm oder werden Sie ausgegrenzt? Wie läuft das ganz konkret jetzt hier im Bundesland Thüringen? Ja, also ganz so hysterisch ist das nicht wie im Vorfeld dieses TV-Duells, weil das dann doch ein bundespolitisches Ereignis auch war. Also ich sage mal so, im Alltag geht es hier in Thüringen doch ruhiger zu, man möchte fast sagen etwas provinzieller. Das finde ich aber durchaus positiv, wenn ich das so einordne. Wir haben verschiedene Formate, die Industrie- und Handelskammer lädt ein, die Handwerkskammer lädt ein, verschiedene Lobbyorganisationen laden ein zu Podiumsdiskussionen. Da sind dann die Spitzenkandidaten der Parteien grundsätzlich alle zu Gast und ich bekomme die Einladungen auch. Bei den Fernseformaten ist es auch so, dass man die AfD nicht ausgrenzen kann. Man möchte sie wohl ausgrenzen und wir werden wohl in den Talkshows anders angefasst als die Altparteienvertreter. Bei uns ist es immer ein Verhör. Aber trotzdem muss man uns mitspielen lassen als im Landtag vertretene Partei. Da kommt man nicht drum rum. Also die Atmosphäre ist nicht immer wirklich offen. Sie ist nicht immer freundlich, wenn AfD-Vertreter im Allgemeinen oder ich im Besonderen auftauchen. Aber das Wort wird uns doch gegeben, weil man natürlich auch erkennt, dass mittlerweile die AfD mit Abstand die stärkste Kraft in Thüringen ist. Und irgendwann kommt man dann auch aus demokratietheoretischen Gründen nicht mehr darum herum, Folgestimme auch zu hören. Deutschland ist ja ein komplexes Land mit einer komplexen Geschichte. Und Sie haben es auch schon angesprochen mit einem Politestablishment, das eigentlich Macht- und Regierungsgewohnt ist. Und jetzt bricht da eben diese AfD in diese Kartelle hinein, wird natürlich entsprechend angefeindet, wie das immer bei Oppositionsparteien läuft. Aber wenn man sich etwas umhört in Deutschland, wenn man mit Leuten spricht, die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, metaphysische AfD-Gegner sind, dann sagen die einem manchmal, ja, bei der AfD finde ich gut, wie sie die Missstände benennen. Aber wenn ich die wähle, dann kommt da eine Geisterbahnfahrt und ich hoffe auch nicht ein Horrortrip. Ich weiss nicht, was da genau auf uns zukommt. Das sagen mir zum Teil Deutsche, mit denen ich mich über Ihre Partei unterhalte. Und ich möchte vielleicht hier jetzt den Blick noch etwas über Thüringen hinaus auf Sie persönlich für Ihre Vision in Deutschland etwas konkretisieren, dass wir das vielleicht kurz und bündig für diese etwas Besorgten oder Nachdenklichen auf den Punkt bringen können, wo Sie, wo vielleicht Ihre Partei steht, in so ein paar grundlegenden Weichenstellungen. Ein paar sind schon angesprochen worden, auch im Fernsehduell mit dem Herrn Vogt. Sprechen wir zuerst über die Innenpolitik. Direkte Demokratie für Deutschland, ja oder nein? Ja, unbedingt. Also das ist ein Kernthema und auch ein Ursprungsthema der AfD. Wir brauchen Volksabstimmung auf Bundesebene. Abtreibung. Jetzt ein grosses Thema. Da wird über Gesetzesrevisionen diskutiert. Wo steht da die AfD? Sind Sie da bei den amerikanischen Konservativen, die sagen, Abtreibung möglichst verbieten? Oder sind Sie bei denen, die sagen, nein, da muss man eigentlich liberaler werden? Was ist die Position der AfD? Was ist Ihre Position hier? Ich bin selbst Vater von vier Kindern und wir sind ja im Bereich der Abtreibung in einem ethischen Grenzgebiet unterwegs. Man beginnt das Leben. Für mich ist der Schutz des Lebens ganz oben angesetzt. Da bin ich auch mit einem christlichen Weltbild unterwegs. Und es gibt existenzielle Situationen im Dasein, die vielleicht einen Abbruch in gewisser Weise begründen können. Aber grundsätzlich sollte der Staat alles tun, damit das Ja zum Leben praktiziert werden kann. Unter allen Umständen. Sterbehilfe. Muss man da die Regeln locker oder etwas strenger machen? In der Schweiz haben wir so ein Grauzonen-Gesetz. Es ist nicht erlaubt, aber es ist auch nicht vollständig verboten. Wo setzen Sie da den Akzent? Auch ein ethisches Grenzgebiet. Es geht um Leben und Tod. Ich habe schwerkranke Menschen kennengelernt, die sterben wollten. Mir sind keine guten Argumente eingefallen, diesen letzten Akt der Selbstbestimmung infrage zu stellen. Ein grosses Thema im Zusammenhang mit der Migration ist natürlich auch die Kriminalität, das Strafrecht. Sind Sie ein Befürworter oder ein Gegner der Todesstrafe? Nein. Ich weiss, dass es schlimmste Verbrechen geben kann. Also ich stelle mir vor, als Vater, meine Kinder würden jetzt umgebracht werden. Ja, dass es dann natürlich ist, dass man ein Rachegefühl hat und dass das Strafrecht in gewisser Weise auch das Rachegefühl der Geschädigten aufgreifen will. Das eine seiner Funktionen ist nachvollziehbar. Aber ich denke, dass der Mensch nicht richter Überleben und Tod sein darf. Verfassungsschutz. Abschaffen oder reformieren? Wenn reformieren, wie? Schwer, kurz zu beantworten, diese Frage. Der Verfassungsschutz, so wie er im Augenblick arbeitet, ist eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland, weil er ganz eindeutig als Regierungsschutz operiert und Oppositionen unterwandert und zersetzt, wie das in keiner anderen westlichen Demokratie vonstatten geht. Die Äußerungen des Bundeschefes, also Herrn Haldenwang, sind zum Haare raufen, sind im schlimmsten Maße demokratiegefährdend und verfassungswidrig. Eigentlich ist der Verfassungsschutz so verfassungsfeindlich unterwegs, dass er sich den ganzen Tag selber beobachten müsste. Aber andererseits braucht ein Land einen Inlandsgeheimdienst. Aber dieser Inlandsgeheimdienst muss einen klaren Auftrag haben. Und dieser klare Auftrag muss vor allen Dingen sein, Wirtschaftsspionage zu verhindern. Da wird viel zu wenig in Deutschland getan, muss vor allen Dingen sein, gewalttätige Strukturen aufzuklären. Alles andere ist nicht Auftrag des Verfassungsschutzes. Also Gesinnungsschnüffelei und Oppositionsbashing, das sind nicht Aufträge eines funktionierenden Inlandsgeheimdienstes. Also grundsätzliche Reform, Demokratisierung des Verfassungsschutzes ist notwendig. Mit der direkten Demokratie kommen Sie in den Clinch mit einem anderen Verfassungsbestand eigentlich Deutschlands, mit einem Element Ihrer staatlichen Institutionen, mit einem sehr hoch angesehenen Pfeiler eigentlich der Bundesrepublik, nämlich mit dem Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe. In der Schweiz haben wir ja als direkte Demokratie sozusagen das Volk, die Kantone als oberstes Verfassungsgericht. Es gibt darüber keine gerichtliche Instanz. Wie würden Sie dieses Dilemma auflösen? Sind Sie ein Skeptiker des Verfassungsgerichtshofs oder würden Sie sagen, nein, das Karlsruher Gericht würde dann halt auch über den Volksentscheidungen in einer direkten Demokratie, gemäss Ihren Vorstellungen der AfD, zu positionieren sein? Mehr Schweiz wagen ist das Credo, das ich hier in den öffentlichen Raum stoßen kann. Das Grundgesetz ist keine schlechte Verfassung, hat aber Schwächen. Vor allen Dingen sehe ich die Mediatisierung des deutschen Volkes nach 1945 extrem kritisch und problematisch. Eine Ursache dafür, dass wir den Raubzug der Parteien durch dieses Staatswesen erleben und erleiden mussten. Der Parteienstaat muss massiv zurückgedrängt werden in Deutschland. Dieser Staat ist dann Raub der Parteien geworden, das hat Richard von Weizsäcker schon Anfang der 90er Jahre gesagt. Das Bundesverfassungsgericht wird nach Parteiproports besetzt. Die Frage ist auch, wie unabhängig ist es noch? Auch in den letzten Jahren gab es Gerichtsentscheidungen, die zumindest Indizien dafür waren, dass letztlich nur noch die Regierungslinie exekutiert wird. Ich denke, der beste Schutz für eine Demokratie und für einen Rechtsstaat ist ein mündiges Volk. Die Deutschen müssen noch mündiger werden, sie müssen wieder mündig werden, sie müssen Demokratie wieder lernen, weil sie ganz, ganz lange von den wichtigen Entscheidungen ferngehalten worden sind. Aber das muss die Zielsetzung sein. Das letzte Wort hat der Souverän und der Souverän in Deutschland ist das deutsche Volk. Hören wir hier gewisse Zweifel des angeblichen Populisten Björn Höcke am Populus, am Volk heraus? Sind das skeptische Sichtweisen? Glauben Sie, dass es noch etwas hapert hier an der demokratischen Reife in Deutschland, bei der Bevölkerung? Sie haben vorhin eine Frage eingeleitet mit der Einschätzung, die Lage in Deutschland ist komplex. Ich möchte sagen, die Deutschen haben viele Komplexe. Und ich glaube, diese Komplexe sind auch gewollt, weil man dadurch dieses Volk auch gefügig hält und beherrschbar macht. Und ich sehe nämlich tatsächlich nach einem mündigen Volk, das diese Komplexe überwindet, das eine intakte Identität aufbaut. Und auch das scheint man ganz bewusst zu verhindern. Wir haben ja so eine allgemeine Tendenz in der westlichen Welt, eine, ich nenne es mal eine Gleichhaltungstendenz, eine Identitätsauflösungstendenz. Ob das jetzt die Multikulturalisierung Europas ist durch die Globalisierungsagentur EU, ob das der Einsatz für Diversity ist oder der Kampf gegen den alten weißen Mann als das Urübel der Welt. In Deutschland wird dem Ganzen ja noch etwas zugefügt, nämlich der Kampf gegen eine gesunde kollektive Identität. Und da müssen wir ran. Also wir müssen das Humanum wieder zurückerobern als Westler, das sage ich jetzt mal so, Bundesrepublik Deutschland ist Teil natürlich des Westens. Wir müssen uns die Frage stellen, wie weit wir unser Menschsein schreddern lassen wollen. Und wir Deutschen müssen uns im Speziellen die Frage stellen, wer wollen wir sein? Wollen wir noch ein Kollektiv sein? Wollen wir noch ein Volk sein? Und wollen wir eine Zukunft als Volk haben? Das heißt, wollen wir als Träger einer Kultur auch Zukunft haben? Und das werden wir nur erreichen, wenn wir unsere Gemeinschaft regenerieren, auch im Sinne einer neuen Traditionssetzung. Ein berühmter Schweizer Gottfried Keller hat 1841 in seinen politischen Schriften einmal den Nationenbegriff definiert in der Schweiz. Damals angefochten aus Deutschland, aus Frankreich und aus Italien. Die wollten uns die Nationalitätskompetenz absprechen damals im nationalistischen 19. Jahrhundert. Und Gottfried Keller hat gesagt, wer Schweizer ist, das spielt keine Rolle, wo er geboren ist. Auch wenn jemand keine Grosseltern hatte, die in den Befreiungskriegen gegen die Österreicher dabei waren. Solange sich jemand mit den Gesetzen und Sitten der Schweiz identifiziert mit unserer Freiheit, unserer Demokratie, dann ist er Schweizer. Und er ist unter Umständen ein besserer Schweizer als der, dessen Familie seit Hunderten von Jahren in der Schweiz lebt. Aber sich unter den Gesetzen eines fremden Souveräns wohler fühlt. Was ist der Volksbegriff von Björn Höcke? Also Gottfried Keller habe ich auch gelesen. Der grüne Heinrich ist mir in Erinnerung geblieben. Der Volksbegriff des Björn Höcke, also mein Volksbegriff, ist der des Grundgesetzes. Und das Grundgesetz spricht vom deutschen Volk. Und ich glaube nicht, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes, als sie diesen Begriff formulierten, ein Deutschland vor Augen hatten, wie es sich vielleicht in Berlin-Neukölln zeigt. Das Grundgesetz spricht aber nicht nur vom deutschen Volk, sondern es spricht auch von der Volkszugehörigkeit. Es gab ja die Diskussion, ob man mir die Grundrechte entziehen sollte. Vielleicht kommt dieser verrückte Staat und dieses verrückte Establishment auch mal auf die Idee, mir die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Also das, was man jedem hinterherwirft, der die Grenze irgendwie nach Deutschland überschreitet im Moment. Aber es könnte ja sein. Jetzt lege ich diesen Pass mal beiseite. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn dabei habe. Nee, habe ich gerade nicht dabei. Man hat mir also den Pass abgenommen. Ich bin kein Staatsangehöriger mehr. Bin ich dann kein Deutscher mehr? Meine Urgroßmutter ist 1900 geboren, hatte drei deutsche Staatsangehörigkeiten. Das Deutschen Kaiserreich ist der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Sie war doch immer und ist immer Deutsche geblieben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt etwas, was das deutsche Volk ausmacht. Und das gilt für alle Völker. Als Kulturgemeinschaft, als Sprachgemeinschaft, als Schicksalsgemeinschaft. Das heißt aber nicht, dass es keine Zu- und Abwanderung gegeben hat, dass sich dieses Volk nicht verändert. Einwanderer sind aufgenommen worden. Meine Vorfahren kommen aus Ostpreußen. Ostpreußen war nach dem Dreißigjährigen Krieg ein entvölkertes Land. Der große Kurfürst hat angefangen, die Huguenotten einzuladen. Die haben sich dort angesiedelt, sind fleißig gewesen, haben mitgeholfen, dieses verhärrte Land wieder, diesen verhärten Landstrich wieder aufzubauen. Wahrscheinlich habe ich auch huguenotisches Blut in meinen Adern, was mich überhaupt nicht stört. Also, es kommt immer auf das Maß an. Was im Augenblick passiert, ist eben eine erzwungene Multikulturalisierung eines gewachsenen Volkes oder der europäischen Völker. Es geht ja nicht nur um das deutsche Volk. Ein Experiment. Und viele, die das jetzt hier propagieren und katalysieren, die reden auch von einem Experiment. Ich frage mich, warum macht man dieses Experiment? Der Ausgang ist für mich offenkundig und ist schon am Horizont erkennbar. Es wird im Desaster enden. Warum zerstört man gewachsene Völker? Und nochmal, das heißt ja nicht, dass man grundsätzlich sagt, dass etwas Gewordenes nicht auch Veränderung unterliegt. Aber warum muss man etwas Gewordenes zwanghaft zerstören? Das ist doch das, was man in den Mittelpunkt rücken muss. Vielleicht in einem Satz, das sind ja komplexe Themen. Was ist für Sie die Grundorientierung oder wie muss eine gelungene Migrationspolitik aussehen? Was ist da Ihr Orientierungspunkt? Damit eben das nicht passiert, was Sie jetzt geschildert haben, dass sozusagen etwas organisch Gewachsenes mit der Brechstange in irgendetwas hineinkatapultiert wird, was möglicherweise nicht gut ist. Was ist da vielleicht in einer ganz kurzen Formulierung, was ist da Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was man beachten muss bei einer Migrations-, bei einer Zuwanderungspolitik? Man muss vor allen Dingen erkennen, dass man nur in eine Gesellschaft, die eine intakte Identität hat, überhaupt Gewinn bringt und erfolgsversprechend integrieren kann. Die Deutschen haben sich nicht mehr. Das ist die Gelingensbedingung für Integration, für Migration. Und da müssen wir als erstes ran. Und dann müssen wir natürlich fragen, wer nutzt uns und wer schadet uns? Und das meine ich jetzt weniger ökonomisch. Natürlich müssen wir auch immer gucken, was wir bezahlen können. Weil im Augenblick ist Integration bzw. Zuwanderung für uns ein gigantisches Verlustgeschäft. Prof. Bernd Raffelüchen hat eine Nachhaltigkeitslücke durch die schon erfolgte Migration seit 2015 von 5,8 Billionen Euro ausgerechnet, die die Leistungsträger in diesem Lande berappen müssen. Wir müssen gucken, wer ist besonders auffällig in der Kriminalstatistik. Wir haben das hier in der Fraktion im Thüringen Landtag mal eruieren lassen. Die Algerier sind beispielsweise zu 18 Prozent, äh nicht zu 18 Prozent, 18 Mal überrepräsentiert bei Mord und Totschlag. Im Bereich des schweren Diebstahls war über hundertfach überrepräsentiert. Diese Menschen haben es anscheinend schwer, sich in unseren Wertekontext zu integrieren. Sollten wir da nicht dafür sorgen, dass so wenig Menschen wie möglich aus diesem Land nach Deutschland kommen? Nicht, weil der ein oder andere Algerier durchaus ein prima Kerl sein kann und ein super Deutscher werden könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, lieber Herr Köppel, ist doch relativ gering. Und als Politiker muss ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, so leid es mir tut. Und das bedeutet im Einzelfall vielleicht auch mal in Anführungszeichen ungerecht zu sein. Ausstieg aus der Kernenergie, sofort wieder rückgängig machen? Sofort. Der AfD wird ja immer vorgeworfen, extreme Politikansätze zu postulieren. Also das Establishment in Deutschland, die Kartellparteien, sind die wahren Extremisten. Man muss sich doch vor Augen führen, dass ein funktionierendes Energieversorgungssystem, das uns saubere, sichere und preisgünstige Energie geliefert hat, ohne Not zerschlagen worden ist, ohne ein neues zu haben. Wir müssen zurück zu Kernenergie. Alles andere würde die Deindustrialisierung Deutschlands noch beschleunigen. Gehen wir noch ein paar letzte Brennpunkte durch. Das ist nämlich interessant hier auch zu erfahren. Die EU, Sie haben dazu auch etwas gesagt im TV-Duell, vielleicht hier noch einmal ganz glasklipp und klar, knapp und bündig. Was ist da der Kurs der AfD? Was ist Ihr Kurs? Aussteigen aus der EU oder eine EU reformieren in einem bestimmten Sinne? Was ist da die Position? Also wir haben ein Bild von einem Europa, das Europa angemessen ist. Die EU ist eben nicht Europa, sondern das Gegenteil von Europa, weil die EU Zentralismus ist, weil die EU letztlich nichts anderes als eine Globalisierungsinstanz ist, die uns mit ihrer Bürokratie, mit ihrer Diversity-Ideologie, mit ihrer Multikulti-Ideologie und mit ihrer Gängelung ärgert bzw. provoziert und uns Unsummen kostet als Deutsche. Wenn die Klimapolitik, die ja maßgeblich auf EU-Ebene formuliert und exekutiert wird, weitergeführt wird, dann werden wir 2030 als Deutsche etwa 12 Prozent unseres BIP an die EU transferieren müssen. Die EU ist ein gigantisches Zuschussgeschäft für Deutschland. Wir haben eine Vision, die haben wir auch in unserem EU-Wahlprogramm in Magdeburg formuliert. Wir wollen ein Europa, das seine Grenzen schützt. Wir wollen ein Europa des freien Marktes, den stellen wir nicht zur Disposition. Wir wollen ein Europa, das eine strategische Autonomie im Bereich der Verteidigung erarbeitet. Wir müssen ein eigenständiger Pol in einer neuen multipolaren Weltordnung werden und wir brauchen ein Europa, das unsere kulturelle Vielfalt und Identität schützt. Alles das leistet die EU nicht. Im Gegenteil, sie zerstört alles das, was ich gerade skizziert habe. Das heisst jetzt Deutschland austreten oder zusammen vielleicht mit einem Viktor Orban und anderen darauf hinwirken, dass sich die EU in diese aus ihrer Sicht gewünschte Richtung entwickelt? Ich persönlich halte die EU nicht für reformfähig. Wenn man sich mal mit den Systemtheoretikern beschäftigt hat, Niklas Luhmann etc. pp., dann weiß man, dass Bürokratien, die EU hat etwa 50.000 Beamte und Mitarbeiter, dass die dazu verdammt sind, naturgesetzlich weiter zu wuchern und zu wachsen. Die EU ist ein Institut der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne, nützt dem einfachen Menschen in Deutschland überhaupt gar nichts. Und das bedeutet letztlich für mich Austritt aus dem Euro, weil dieser Euro gescheitert ist. Eine Währung, die permanent gerettet werden muss, ist eben keine Währung, ist für Deutschland ein gigantisches Zuschutzgeschäft. Und dann muss man gucken, dass man dadurch den Reformdruck auf die EU maximal erhöht. Und wenn es nicht zu reformieren ist, dieses Gebilde, dann muss man es eben komplett einreißen und als Bund europäischer Staaten neu aufbauen. Nochmal, wir wollen keinen Bundesstaat, wir wollen keinen Zentralismus, wir wollen Föderalismus, wir wollen einen Bund freier europäischer Staaten. Nach dem Vorbild vielleicht auch der Schweiz so ein bisschen. NATO? Ich war in meinen jungen Jahren ein großer Befürworter der NATO. Für mich war die NATO immer eine Sicherheitsgarantie gegen die Sowjetunion, gegen den Kommunismus. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, die kommunistische Bedrohung gibt es nicht mehr. Seit dem Jugoslawienkrieg 1999 habe ich meine Meinung grundsätzlich geändert. Das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den die NATO damals durchgeführt hat. Und mittlerweile ist die NATO jetzt mal überspitzt ausgedrückt, vor allen Dingen ein Bündnis zur Durchsetzung von Macht- und Geldinteressen. Ich denke, wir müssen als Europäer eine eigene Verteidigungsfähigkeit aufbauen. Nicht im Rahmen einer Europa-Armee, sondern im Rahmen einer Kooperation der nationalen Armeen. Wir müssen, wie ich das gerade schon sagte, ein eigenständiger Pol in einer neuen multipolaren Weltordnung werden. Und das bedeutet Europa den Europäern. Also analog zur Monrode-Doktrin, die ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts ausführte, Amerika den Amerikanern. Trotzdem sind die Amerikaner in Europa und versuchen ihre Interessen durchzusetzen. Und Ergebnis dieser amerikanischen Interessendurchsetzung ist leider, man muss es so deutlich sagen, auch der Krieg in der Ukraine. Ja, natürlich auch ein Angriffskrieg der russischen Föderation gegen die Ukraine, aber auf der zweiten Ebene ein Stellvertreterkrieg der USA gegen die russische Föderation und auf der dritten Ebene ein Wirtschaftskrieg der USA gegen Europa und Deutschland. Also wir müssen die USA aus Europa raushalten. Das heißt nicht, dass wir mit ihnen nicht kooperieren wollen. Das wird es auch in Zukunft geben, aber Europa muss eigenständig werden. Das ist meine Vision. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Sie haben es schon angesprochen. Das ist auch ein ganz umstrittenes Thema. Deutschlands Stellung in der Welt. Im Moment sind die Medien, sind auch natürlich die Regierungsparteien und weite Teile des politischen Betriebs in Deutschland sind der Auffassung. Ganz klar, Deutschland steht hier an der Seite der Amerikaner. Westbindung, es geht darum, die Autokratien des Ostens in die Schranken zu weisen. Die Russen, aber auch die Chinesen, das ist schon der nächste Konfliktfall. Deutschland ist ja auch über die letzten Jahrzehnte etwas wie eine umworbene Braut gewesen. Die Russen haben versucht, mit den Deutschen engere Beziehungen zu bilden. Das hat den Amerikanern nicht gefallen. Was ist da die Vision der AfD? Was wäre die Stellung Deutschlands in der Welt? Wäre das nicht mehr eine Westbindung? Wäre das sozusagen eine Mittelmacht, analog zu Bismarck, den wir da hinten an der Wand sehen können, in einer Relief-Abbildung? Was ist da in dieser schwierigen Frage Ihre Sicht? Man muss das ganz realistisch sehen. Deutschland ist eine absteigende Mittelmacht. Zu Bismarck-Zeiten waren wir eine aufstrebende Grossmacht. Die Zeiten sind vorbei. Ob sie für immer vorbei sind, weiß ich nicht. Es entlastet ja auch, wenn man nicht Grossmacht ist. Eine Grossmacht ist ja auch immer getrieben. Sie haben die Grossmächte mal als Raubtiere bezeichnet. Ich bin froh, wenn Deutschland kein Raubtier sein muss, weil es gezwungen ist, auf Konkurrenz durch andere Großmächte zu reagieren, sich ein wenig im Windschatten der Weltgeschichte halten zu können. Und das wäre für mich maßgeblich, wenn ich Verantwortung für dieses Land hätte. Deutschland, das extrem geschwächt ist, das sich selbst verloren hat, das auch wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast ist, erst mal in den Windschatten der Weltgeschichte zu führen, um es regenerieren zu lassen. Und das kann auch sein, dass ich die Regeneration in meinem Erdendasein gar nicht mehr erlebe. Aber das ist eben verantwortungsvoll der Politik nicht zu erzwingen, nicht ideologisch zu operieren, sondern das, was wachsen muss, auch wachsen zu lassen und ihm auch Zeit zu lassen. Vor allen Dingen dürfte es keine hypermoralische Politik sein. Anzuerkennen, dass andere Länder und andere Kulturkreise andere Wertemaßstäbe haben, das müssen wir wieder lernen. Und das ist etwas, was die Deutschen verloren haben. Die deutsche Historiografie im 19. Jahrhundert war deswegen so großartig, weil sie sich wirklich in andere Nationalcharaktere, in andere Völker, in andere Kulturen hineinversetzen konnte und wirkliches Verständnis für andere Völker und Kulturen hatte. Das ist uns irgendwie aberzogen wollen, dieses Verständnis für anderes, für Fremdes. Auch, das soll jetzt kein Amerikascherte grundsätzlicher Art sein, aber durch dieses typisch amerikanische Sendungsbewusstsein und diese moralische Überlegenheitsattitüde, die auch in große Politik übersetzt worden ist. Wir müssen da bescheidener werden, ja. Die Schweiz hat aus ihrer letzten grossen geopolitischen Niederlage in Marignano 1515 die Konsequenz gezogen, neutral zu werden. Ist das für Sie ein deutscher Weg, die Neutralität? Das würde natürlich mit der Polbildung, ich sage jetzt mal mit der Blockbildung einer autonomen Verteidigungsgemeinschaft in der multipolaren Ordnung etwas in Widerstreit stehen. Neutralität für Deutschland, mehr Schweiz wagen auch hier, für Sie ein Thema? Das ist eine interessante Diskussion. Ich sehe das zunächst einmal als nicht sehr realistisch an. Dafür haben wir zu viele Interessengegensätze in Europa. Ich denke schon, und das ist ja schon unter Karl dem Großen versucht worden, dass es etwas wie eine europäische Klammer geben muss. Ob das Karl der Große war, ob das Karl der Fünfte war, in dessen Reich die Sonne niemals unterging, ob das Napoleon war und so weiter. Alle haben versucht, irgendwie in gewisser Weise eine europäische Einigung herbeizuführen. Dabei sind viele Fehler gemacht worden. Und es waren imperiale Interessen dabei, weil man den europäischen Geist nicht verstanden hat. Aber ich denke, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir Europäer etwas haben, was uns alle miteinander verbindet. Und dass es den Wunsch gibt, eigentlich diese europäische Identität, dieses Großartige an Europa auch zu verteidigen. Das heißt, wir brauchen europäische Kooperationen. Wir brauchen keine Einigelung. Die Schweiz ist ein Sonderfall, weil sie auch eine besondere geografische Lage hat, auch rein militärstrategisch als uneinnehmbar gilt durch die vielen Bunkersysteme, die sie haben. Deutschland ist ein Land in der Mitteuropa, ein klassisches Transferland, ein klassisches Brückenland zwischen Ost und West. Mir wäre es wichtiger, diese klassische Brückenbaufunktion wieder auszuüben, wieder mehr Friedensmacht zu werden und vielleicht Ideen zu ventilieren, dass wir eine europäische Klammer setzen, in der Vielfalt in Einheit möglich ist. Wir haben im Augenblick das Problem, dass die osteuropäischen Länder ganz anders ticken als die westeuropäischen Länder und dass es ganz große Fliehkräfte jetzt schon gibt in der EU. Wie gesagt, wir brauchen etwas Neues, wir brauchen etwas Verbindendes, das aber den einzelnen Staaten maximale Freiheit ermöglicht. Das ist europäisches Leben. Sind Sie ein Gegner der Vereinigten Staaten von Amerika? Nein, das bin ich nicht. Da gilt für mich dasselbe, was für alle anderen Kulturkreise dieser Welt gilt. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben, weil sie Grossmacht waren und weil sie vielleicht sogar nach 1990, nach dem Fall des Eisernfonds, die einzige Grossmacht war, viele, viele Fehler gemacht. Man kann nicht leugnen, dass die Amerikaner, die US-Amerikaner so viele Kriege geführt haben, wie kein anderes Land der Welt. Natürlich immer im Namen von Demokratie und Menschenrechten. Das war ja der berühmte deutsche SPD-Politiker Egon Bahr, der mal 2013 im Rahmen eines Klassenbesuches in einer Schule gesagt hat, dem Tenor nach, glauben Sie nichts von dem, was Ihre Lehrer Ihnen sagen. Glauben Sie nichts von dem, was in den Schulbüchern steht. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer nur für Geld und Machtinteressen geführt. Und ich glaube, dass die Amerikaner zu viele Kriege für Geld und Machtinteressen geführt haben. Und diese Kritik muss man öffentlich äussern können. Es gibt Kritik an der AfD von Seiten jüdischer Organisationen in Deutschland. Da wird, wenn ich das richtig überblicke, zum Teil geradezu gewarnt vor der AfD. Müssen sich die jüdischen Deutschen vor der AfD fürchten, Herr Röcke? Im Gegenteil. Das sage ich auch wirklich im Brusthund der Überzeugung. Im Gegenteil. Weil wir doch die einzigen sind, die auf die Gefahren der Islamisierung Deutschlands und Europas in der notwendigen Deutlichkeit hinweisen. Wir haben aus Frankreich mittlerweile eine massive Fluchtbewegung von jüdischen Bürgern in Richtung Israel. Weil dort die Übergriffigkeit von muslimischen Migrantengruppen so groß geworden ist, dass man dort seines Lebens nicht mehr sicher ist und auch sein Glauben nicht mehr ausüben kann. Auf dem schlechten selben Weg sind auch die Deutschen, beziehungsweise ist auch Deutschland unterwegs. Die wahnende Stimme wird von der AfD erhoben. Wenn die AfD in Thüringen und in Deutschland regiert, wird Deutschland auch für Juden wieder sicherer. Wir haben angefangen mit dem Prozess, den Sie da zu bestehen haben in Halle, mit den Vorwürfen des Vokabulars aus der finstersten Zeit. Sprechen wir zum Schluss, wir sind schon etwas über der Zeit hier. Sprechen wir zum Schluss noch ganz kurz über Sie persönlich. Wie gehen Sie eigentlich um und Ihre Familie mit diesen Dämonisierungen, mit diesen Angriffen, die ja nun doch eine Intensität erreicht haben, die nicht spurlos an Ihnen vorbeigehen kann? Ja, das ist wohl so. Also ich bin wahrscheinlich der am stärksten dämonisierte Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. So muss man das deutlich einordnen. Warum das so ist, es liegt nicht an meiner Persönlichkeit. Es liegt nicht an meinem Menschsein. Ich bin ein Mensch, der vielleicht in besonderer Art und Weise aus innerer Wahrhaftigkeit herauslebt und sich auch das Recht herausnimmt, so leben zu können. Der nicht bereit ist, sich unterzuordnen, wo man nicht in einem dienenden Geist Unterordnung leisten muss. Der Freiheit will. Freiheit für sich und seine Kinder auch in Zukunft. Ja, der will, dass von Deutschland etwas übrig bleibt. Der nicht möchte, dass in 20, 30 oder 40 Jahren vielleicht noch Deutschland auf dem Papier existiert, aber in Deutschland eben keine deutsche Kultur mehr existiert. Ich glaube, ich bin so in den Fokus geraten und so dämonisiert worden, weil der politische Gegner aufgeklärt hat, dass ich es ernst meine, dass ich mich nicht verbiegen lasse und dass mich die Macht nicht korrumpiert. Ich genieße als Abgeordneter ja auch einige Privilegien. Ich habe sie heute vom Bahnhof abgeholt, lieber Herr Köppel, und sie sind mit einer Limousine in den Landtag gefahren worden, weil ich auf dem Weg von Bornhagen, meinem Heimatort, nach Erfurt war und da habe ich sie gerade mitgenommen. Und sie haben auch gesagt, ach, das ist doch so hier der übliche Standard, mit dem Abgeordnete unterwegs sind. Ja, der Fraktionsvorsitzende hat ein Auto, hat ein Fahrrad. Das ist auch tatsächlich entlastend, weil ich viel Zeit auf der Autobahn unterwegs bin und dadurch natürlich Kommunikation und Arbeitszeit habe. Aber das korrumpiert natürlich auch, weil die meisten Berufspolitiker in Deutschland genießen diese Privilegien und wollen, dass es für sie so lange so bleibt, wie es ist. Ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass mich diese Privilegien korrumpiert haben. Ich habe immer eine innere Distanz zu diesen Privilegien aufrechterhalten. Und deswegen glaube ich, dass ich als jemand aufgeklärt bin, der es einfach ernst meint und der wirklich das Beste für dieses Land und dieses Volk will. Und weil ich diesen guten Willen habe, weil ich mit mir selbst im Reinen bin, steht meine Familie hinter mir. Meine Frau sagt, es ist richtig, was du tust. Deine Kinder sind stolz auf dich. Und meine Kinder, die auch viel gelitten haben unter den Angriffen, das muss man sagen. Wir haben durchweinte Nächte hinter uns, weil eben dieser Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. In dem es normalerweise üblich ist, dass ein Politiker auch von der öffentlichen Sphäre in die private Sphäre hinüber wechseln kann und auch meine Kinder angegriffen worden sind. Heute sagen alle meine Kinder, die sind mittlerweile 13 bis 21 Jahre alt, Papa, wir sind stolz auf das, was du tust, obwohl wir auch schlimme Tage erlebt haben. Aber heute wissen wir, dass es richtig ist. Ich bin mit mir im Reinen und ich glaube, das ist das, was man erreichen muss, wenn man diesen Druck standhalten will. Können Sie eigentlich noch so an Elternabende gehen, jetzt im Rahmen des Schulbetriebs, gut, bei den Eltern nicht mehr. Und was machen Sie dann als Vater, wenn die Familie angegriffen wird? Ich meine, da kommen ja schon Fragen hoch. Lohnt sich das Ganze? So ist es das Ganze wert gewesen, hier dermassen sozusagen in die Auseinandersetzung hineingezogen zu werden oder auch einzusteigen. Ja, wie gehen Sie da etwas auf der Mikroebene um mit diesem Druck? Das interessiert viele Leute. Das haben mir auch Leute gesagt. Das beobachten Sie. Wie schafft er das? Wie geht er mit dem Ganzen da? Wie kommt er mit dem Zuschlag? Also zu Elternabenden gehe ich nicht mehr. Das macht meine Frau. Das habe ich eigentlich in dem Augenblick unterlassen, wo ich Politiker geworden bin, weil ich als ehemaliger Lehrer natürlich auch ganz viel zu sagen habe. Und ich beobachte auch, was in Schulen, auch in Schulen meiner Kinder nicht mehr funktioniert hat, was bei mir noch funktioniert hat, als ich Schüler war. Ich sehe den Verfall des deutschen Bildungswesens. Ich habe auch, ich weiß, in welcher schwierigen Situation die Lehrer sind, die an deutschen Schulen unterrichten müssen, in welchen schwierigen Alltagssituationen sie unterwegs sind. Aber ich habe auch Kritik an dem einen oder anderen Lehrer. Die würde ich auch, glaube ich, profund vorbringen im Rahmen meines Elternabends. Aber ich weiß, dass der Lehrer und auch, dass die Eltern nicht mehr unterscheiden können zwischen dem Vater Björn Höcke, zwischen dem ehemaligen Lehrer Björn Höcke, der seine Erfahrungswerte hat und dem Politiker, der im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Und das möchte ich meinen Mitmenschen gar nicht zumuten. Deswegen macht das meine Frau. Und ansonsten nochmal, ich versuche, meine Familie indirekt dadurch zu schützen, dass ich immer wieder aufkläre, dass ich ins Gespräch gehe mit meiner Frau, mit meinen Kindern, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass wir uns haben und dass wir, wo es irgendwie möglich ist, Zeit miteinander verbringen. Familie ist für mich das A und O und der Anker meines Lebens. Wenn Sie zurückblicken, was ist mein grösster Fehler? Was würden Sie zurücknehmen? Was hätten Sie nicht sagen sollen? Wo denken Sie, mein Gott, da bin ich dumm in die Falle der anderen getappt? Habe ich den anderen einen Steilpass gegeben? Gibt es das? Sie haben gesagt, Sie sind mit sich im Reinen, also keine Fehler. Oder was würden Sie ändern, wenn Sie könnten? Nein, ich bin ein sehr fehlerfreundlicher Mensch. Dafür habe ich auch zu viel Raimund Popper gelesen. Ich versuche, mich ständig zu verbessern. Ich bin als Greener und in die Politik gegangen, mit meinem Leidensdruck und mit meinem idealistischen Überschuss, den ich mir angelesen hatte und der mir anerzogen worden ist. Inhaltlich habe ich aber nichts zurückzunehmen. Das möchte ich betonen. Ich habe kommunikative Fehler gemacht, ja. Ich habe erkennen müssen, dass ein Politiker eben kein Wissenschaftler ist, dass er nicht das sagen darf, was man in einem wissenschaftlichen Diskurs sagen darf, etwas einfach mal ins Unreine sprechen, mal eine These aufstellen, um sie dann vielleicht auch reflektieren zu lassen, sondern dass beim Politiker, gerade beim Oppositionspolitiker und bei einer stigmatisierten Oppositionskraft immer ganz genau hingeschaut wird und immer die schlechteste Interpretation gewählt wird, nicht nur durch den politischen Gegner, sondern leider auch durch das, ich muss es sagen, Medienkartell, das dem politischen Gegner der AfD dienstbar ist. Da habe ich gelernt, dass ich einfach vorsichtiger operieren muss, aber nicht, weil ich irgendwas Böses im Schilde führe, sondern weil zu viel Angriffsfläche zu bieten eben doch unklug ist. Aber nochmal, inhaltlich habe ich nichts zurückzunehmen. Wie lange werden Sie in der Politik bleiben? Gibt es da schon ein Ausstiegsszenario oder sind Sie bis auf Weiteres dabei? Tja, wann remigriere ich in mein bürgerliches Leben? Die Frage ist ja, gibt es für mich überhaupt noch mal ein bürgerliches Leben? Habe ich mich vor kurzem auch mal mit meiner Frau unterhalten? Was wäre denn, wenn wir jetzt sagen, das war es? Wie lange würde es dauern, bis man vergessen ist? Die Zeit ist ja schnell, Gott sei Dank. In diesem Fall ist es Gott sei Dank so, dass die Zeit auch schnell ist. Aber natürlich wird man mit meinem Bekanntheitsgrad nicht über Nacht zu einem normalen Menschen. Ja, ich sehe nämlich danach, Rosen zu züchten. Ich sehe nämlich danach, zu schreiben. Und da habe ich sicherlich noch einiges zu sagen. Und diese politische Kernearbeit hinter mir zu lassen. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit der Oppositionsarbeit in Deutschland. Ich sehe, dass es für Deutschland fünf vor zwölf oder manche sagen schon fünf nach zwölf ist. Und dass es uns noch mal gelingen möge, eine demokratisch, freiheitliche, patriotische Wende für Deutschland hinzukriegen. Deutschland doch noch mal eine Zukunft zu geben oder eine Hoffnung auf Zukunft zu geben. Das angestoßen zu haben, hier auch aufklärerisch gewirkt zu haben. Darauf bin ich stolz. Und noch tragen die Füsse, wie weit sie tragen, das ist auch von Gottes Wille abhängig. Da bin ich auch in Demut unterwegs. Wenn die Gesundheit irgendwann nicht mehr mitspielt, dann ist es halt dann auch vorbei. Aber noch habe ich meinen Dienst zu leisten. Herr Röcke, ganz herzlichen Dank. Das bringt uns gleich zu einem passenden Schlusszitat, das ich da zufällig gefunden habe, in einem Buch von Johannes Gross. Begründung der Berliner Republik, geschrieben 1995. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Heinrich Heine, meine Damen und Herren. Zum Abschied rücke ich mich auch noch einmal ins Bild. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Röcke. Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dabei. Wir melden uns wieder auf diesem Kanal mit anderen Gesprächen und Interventionen. Lassen Sie sich überraschen. Merci vielmals und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020